Aperitivum. Aperitivum ist die Bezeichnung für ein Mittel, das Appetit anregt. Manchmal wird auch ein mildes Abführmittel als Aperitivum bezeichnet. Aperitivum, also das, was den Appetit anregt, es gibt in der Pflanzenheilkunde zum Beispiel Amara Aromatica, welche auch als Aperitivum bezeichnet werden. Diese enthalten Bitterstoffe und ätherische Öle. Aperitivum ist manchmal auch bezeichnet als Aperitiv und dann werden dort oft Alkoholika verwendet. Aber ein echtes Aperitivum ist etwas, was die Magendefte anregt und was die Verdauung in Gang bringt. Im Ayurveda gibt es ein einfaches Rezept für ein Aperitivum. Das wäre ein Stück Ingwer nehmen und in kleine Scheibchen schneiden und vielleicht ein oder zwei Scheibchen, die etwa zwei Millimeter oder drei Millimeter dick sind, mit ein paar Tropfen Zitronensaft überträufeln und das direkt essen und es geht einem sofort, geht die Verdauung leichter. Eine andere Möglichkeit wäre auch, auf das erste Gericht etwas geriebenen Ingwer drauf zu geben. Ein hervorragendes Aperitivum, welches die Verdauung in Gang bringt.